okay das darf wahrscheinlich darf ich das nicht so griffen kann ich darf das nur nur der chef man okay 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 habe ich jetzt kaputt gemacht habe ich nicht keine spielregel mob briefing vorhanden muss man gucken vielleicht kannst du die karamie ausstellen das klappt gut mit dem was haben wir denn noch an energie ja klug uns gut nickel genau so weil dann kann man nämlich mal schwert 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 plus sechs plus vier plus fünf plus sieben plus vier das mein art ist nicht haben wir nicht das 40 wieder wir waren 5 elektrum 6 6 kobold stahlbrein schwert verstärkt zwei so 7 ja die war sogar mit tinker ja ja dann machen wir wohl ein eisenschwert beziehungsweise haben wir ja glaube ich schon eins jetzt muss ich mal gucken moment ich habe hier noch zeug drin das können wir da auch mal da rein klatschen so dann ist der leer und jetzt sind alle voll scheiße ist schon wieder tag der ledger wieder das war noch ein paar land verdammt sorry ich muss leider noch ein paar diese redstone teatros gold und der ganze quatsch jetzt die dinger logik silizium silizium ich glaube das war es hier logik gold silizium silizium zack zack und dann gold silizium jetzt die heraus okay das haben wir glaube ich dabei ja das haben wir nicht haben wir nicht sind und das hier So, dann machen wir das mal wieder rein, da, 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 zack, und stecken wir so einen noch rein, dann haben wir wieder Platz, sehr gut. Gut, sind jetzt die blöden Dinger da draußen schon fertig? Oh, yes, endlich, ähm, Schablonen, Fertigungs, ne. Das da, Kalkulation, auch Kalkulation, und wir brauchen doch bestimmt noch, ja, Redstone Silizium, jetzt dann, Silizium, zack, zack. Ob, raus damit, Silizium, zack, 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 und dann haben wir das da, das da, das da, so, dann haben wir das, ähm, Werkbank und eine ME-Konsole. Wollen wir hier sozusagen eine Werkbank rumlegen? Ne. Da brauchen wir ein paar Holz. Das, äh, das zum Beispiel. Ne, es gibt eine Truhe, ups, Moment. Werkbank. Ah, hier, okay, eine. So, da muss ich das schnell abbauen. So. ME-Fertigungskonsole. So. Ähm. Ne. So. Hier die Konsole drauf. Und, das Ding wieder dahinter. So. Sehr schön. Weil, jetzt können wir alles hier drin fertigen. Ahetien. Sehr cool. Oh. Das Drakonisches Erz. Uh. Oh, krass. Drakonisches Erz habe ich noch nie gesehen. aber die würde ich nur mit der diamantspitzhacke abbauen es kommt wahrscheinlich nichts raus er wachter trakonischer bahn erwacht zu kehren so gut jetzt habe ich das schatz mit der manche aus gut hält sich so die werkpunkt braucht man auch nicht mehr weil die können wir mal einfach so mitnehmen zack jetzt sehr gut sehr gut könnte mal schauen weil mich das bisschen nervt brachte direkt rf aber jetzt kabel bis hier unterlegen was ist denn mit dieser kristall kristall wachstums beschleuniger kristallwachstumskammer sechs davon fluix kristalle wie viele haben wir denn noch fluix 12 ich glaube wir müssen uns ein paar fluix kristalle machen jetzt geladen zertus zertus und nether quarts so wieso mal ein paar den dingern da laden schwupp dauert immer kurz plupp hm 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 7 5 7 8 7 8 9 So. Noch zwei. So. 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 Moment, jetzt höre ich ihn rein in der Hand. Oder? Oh ja, den nehmen wir nicht her. Wissen wir mal da ablegen. So. Rainer. Gut. Ja, dann schmeißen wir da rein. So. Lass mal das Ding mal. Das müssen wir auch noch automatisieren. Hauen wir dann ein Solarpanel drauf. Ähm. Wie viel können wir denn? Maximal 11. Ähm. Hup, 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 hup. Ja. Och. So. Redstone. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, zehn, elf. Glaube ich. Ups. Wenn ich mir nichts verzählt habe. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Plopp. So. Wie viel haben wir jetzt? 22. Äh. Sehr gut. So. Schmeißen wir das mal wieder da rein. Also 22 Fluix-Kristalle. Und Blöcke brauchen wir dann. Sechs Stück da. So. 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 sechs stück und von denen brauchen auch sechs gut im moment kann ich gleich da drin machen so hier 1 2 3 4 5 6 so ein bahn im glaskabel wir haben wir denn da im e4 wir brauchen 26 sind zwölf also brauchen noch 88 quazfaser haben wir sowas quazfaser quazfaser brauchen wir denn auch wir brauchen acht moment kristall 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 so wir brauchen also vier haben aber 6 8 8 stück also machen muss zwei quazfasern und viel fluix was fehlt uns selbst kein normales glas sonst und 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 Okay. So... Hallo Herr Baum. So. So und das kommt da rein. Das auch. Schaut es aus. Hm, ist da halt so PC. Also verdiene 2. Kurzfaser, Moment. Nee, Kurzfaser, keine mehr, da brauchen wir 2. Kurzstaub. Mal schauen, ob wir noch so viel Staub haben. Ja, das ist Hammer. Ah, 12 Glas brauchen wir. Hm, hm, hm. Hm, hm. Hm, hm. Genau, wir müssen uns irgendwann viel Fluidskristalle machen, weil wir ME-Kabel brauchen. Die würde ich dann runterlegen zu den anderen Maschinen. So. Schwupp. So, jetzt schauen wir mal. mal. Die brauchen wir. Ach, da kommen wir 3 raus. Okay. Ähm. Ähm. Wie viel haben wir gesagt? 4, 6, 8. Also 2 mal das da. Wupp. 1. Oh. Hä? Achso. 2. Schwupp. Jetzt haben wir das. Ähm. 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 Wie viel Quarzglas haben wir denn noch? 2. Wir brauchen 2. 6 und 12 ist 10 noch. 10. Oh. Okay. 10. Hm, 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 hm. So, das hat keine Energie mehr. Verdammt. Das macht AE und das braucht Rf, gell? Moment. Hm, 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 hm. Dann muss ich das auf einmal hier hin. Geht leider nur in eine Richtung. Hm, die müssen wir mal kurzfristig da drauf machen. So. Ah, zack. Und zack. Oh. So. Oh. 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 Aber ich glaube, ich würde uns doch irgendwann so einen Atomreaktor bauen, verdammt. So, das kommt da rein, das da rein. Also 10 brauchen wir da. So. 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 Sollen wir jetzt eigentlich schon gehen, oder? Ne. Ah, Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung. Sechs Stück, genau. So. Brauchen wir einen, noch ein ME-Kabel. Oh, haben wir noch eins? Nein. Nee. Einen Quarz, zwei Fluigs. Kann ich da noch was machen? Hä. Fluigs haben wir. Und einmal Quarz. Mach ich doch auch. Was will er denn? doch das war wieder zurück und eine truhe die haben wir auch glaube ich und so was brauchen wir das müsste auch gehen und dann den guten moment was läuft denn der mit der macht moment rheinland Zertus, Fluix. Oh ne, eigentlich nur Fluix, gell? Achso, ne, das war Neta. Ja gut, wir müssen ja den Neta mal kurz was holen. Sehr gut, jetzt können wir uns die dann, dann brauchen wir den blöden Brunnen da draußen nicht mehr. Das brauchen wir alles nicht mehr. Moment. Na komm. Dann können wir den nämlich auch da runter schmeißen. So, übergangsmäßig. Weil momentan fehlt uns ja einer, bis wir das alles eingerichtet haben. So, übergangsäßig. So, übergangsäßig.